Ich bin der belanglosen Kämpfer müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen. Während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor sechs Tagen traf der fallende Stern die Stadt Tristram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre gesucht habe? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Squad Zockt. Und da haben wir das schöne Intro gesehen für Diablo 3. Und mit dabei sind The Gimp. Yo! Dominik! Hallo! Und der Kimbo natürlich. Ich gehe ab! Wir nennen das Ganze hier, die Schönen und das Biest. Easy zur Erklärung erstmal. Ich bin die hier. Die, ja die. Das Biest. Und alle anderen sind hübsch. Der Einzige, der ein bisschen brüder ist, ist vielleicht der Chris. Aber das war es auch. Der ist ein bisschen angezogen. Und ja, wir suchen jetzt erstmal. Ich bin dann eine Lady mit Stil. Ja, alles klar. Tschüss. Gar eine Style-Kugel, ich brauche die. Flash raus. Flash raus. RIP. Was waren meine Vorschau? Ich glaube, ich suche jetzt erstmal irgendjemanden Würde gegen mein Schwert oder so. Ich muss was gestehen, also deine Vorschau war anscheinend viel kürzer als meine. Vielleicht war ich noch mitten drin. Es sind noch mehr Leute. Oha. Schöne Leute. Ich muss erstmal die Audio einstellen. One Hits. Heiße. Was haben wir nur? Ich muss noch bei der Audio. Klotzen. So, RIP. Kann man schon noch Fall einstellen? Ja. RIP, Alter, wir zappen. Oh. RIP. Ich hoffe, ihr hört meine Maus nicht zu sehr. Wenn doch, das machen alle Pro so. Habe deine Maus. Achso, ihr seid schon weggelaufen. Wir folgen den Quest, Junge. Lass das bitte, die Gegend einzufrieren. Alter, ich habe meinen Pflege dabei. So, Jungs. Sprecht mit Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Alter, lasst zum Tänseln im Pony gehen. Das bin ich einig. Ins Tänseln im Pony. Gandalf! Oh nein. Wer ist da? Wer fehlt da? Vielleicht passieren. Hallo. Moin. Seid ihr Lea? Man erzählte mir, dass ihr den gefallenen Stern überlegt habt. Boah. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden. Ja, okay, halt die Bubble. Kommt, ja, ist gut. Oh mein Gott. 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 So, die Wirtschaft. Cash. Das ist der Tod. Die Toten werden uns überledigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ja, Tagebuch. Schnell, zack. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Ich habe keine Kraft mehr. Also was ihr euch vielleicht denken könnt, Leute, jetzt wo ihr zuguckt, wir sind Diablo Pros, ne? Wir wissen, wie es läuft. Wir sind top gebildet. Ähm, Killer. Wir sind einfach die Elite, kann man so sagen. Rumford, wer ist alles da? Da fehlt jemand. Dominik fehlt. Dominik? Ja, ich habe ganz dezente 310 Millionen Gold. Ja, 275. Wie kann ich da behalten, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hoffmann Dalvin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeholt. Ach, Dom, halt dein Maul jetzt. Nur ich habe überlebt. Nice. Jetzt seht ihr meinen Namen? Why no grit em? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mich draufgehebt. Oh, Herr Wiese. Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Oh nein! Sie greifen die Barrikaden an! Nicht mit mir, Commander, Junge. Abfatter jetzt. Rennen der langsiebe. Oh, ich habe eine Hose. Ich habe Schuhe. Ich habe ja noch keine Hose gehabt, woher. Und habe über die seltsamen Kreaturen... Mein Terz ist ja nur unter welchem Arsch wackelt, ey. Finde ich mehr normal. Geht euch diesen Arsch. Sie sind das, was von Königin Asyl geschlachtet ist. Was war das Wies in Ruhe? Sonst kommt es zu dir, Junge. Ich leid's! Oh, das ist ein Dash. Oh, Lord. Jetzt laben sie sich erleichtern und wirken sie wieder als ehemalige Toten hervor. Ich habe Crusader auf Level 8 oder so. Get wrapped, Handschuhe. Oh, noch eine Hose. Nice, toll. Das hat sich voll gelohnt. Kann ich die wegnehmen? Hammer! Hammer! Lord, ich generiere gar keine gute, Junge. Ja, eigentlich als... Vor langer Zeit beerdigt. Kraft aus... Ah, ein heiliger Zorn, okay. Ressourcen, heiliger Zorn. Warner! Die auferstanden... Aufs Neu! Das lächelt auf mich herab. Okay, das ist easy. Mein Name ist Abt Al-Hazir. Dadenteurer, lehrter und faulterer. Ich habe eine aktive Fertigkeit, frage ich schon, die nennt sich Schlitzen. Das ist einfach... Das ist einfach... Weißt du? Das ist... Du fühlst den Charakter. Ich bin... The main. Charakter main. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde... Oh, mein Anfang ist viel besser als dieser Scheiß. Von Schlitzen mit dem Pflege in die Flucht zu schlagen. Ja, so ein paar Dornen übers Gesicht zu gehen. Wäre es weit schlägt. Warum generiere ich keine Wut, Alter? Das verstehe ich nicht. Da sind wir da rein. In den feuchten Keller. Lass mal hier. Lass mal rücken. Okay, erledigt. Ab in den feuchten Keller. Ab in den feuchten Keller wenigstens. Junge. Oh, keine Truhe. You're nice. Is a trap. Oh, mein Gott. Who's been to will? Komm an die Keule. Bats. 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 Komm ran da. Bats. 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 Ja, falls ihr euch fragt, ich dringes dich grad zugucken, in meinem Task-Leist steht alles Q-W-E-R, das liegt daran, dass wir scheiß Lol-Nerds sind und uns anpassen. Kurkel, kurkel. Wann ist es ja gewöhnt, wirst du? Ja. Jetzt aber back to, fillest es jetzt an, dann seht ihr mal. Ja, fillest. Ruhe, rein! Alter, was geht denn mit unserem Kreuz, bitte? Kann so ein bisschen tankiger werden. Ja, Moment. Da ist noch ein Klammerkeller. Los, los, ihr feuchten Mädels in den Klammenkeller. Loll! Johoho, Loks! Ihr seid so behindert. Weißt du, er sagt, sie sind überall, ich frag mich, wo sie sind überall, und ihr geht irgendwann anders, wie ihr fickt euch. Ich mach's alleine, Alter. Ich mach's alleine. Ich bin auch draußen, ich kämpfe, Junge. Aber wie eine Flut. Ich würde sagen, wie eine Frau, aber wie ein Mann, würde ich sagen. Ich brauche mehr Zorn. Ja, wie ein Mann eher. Ich benötige mehr Zorn. Natürlich regere ich keine Wut, weil Wut kriege ich dadurch, dass ich kämpfe, aber ich bin so bad. Ich war hier sonst nichts sinnvolles drin? Loll! Hält ihr mal lieber mit mir gegen die bösen Menschen gekämpft? Oh, what the fuck meinst du? Gleiches Schild. Loll! Oh, lol, lol, lol. Das ist ja voll broken. Warte, das mach ich jetzt. Wo sind Gegner? Hier! Warte! Nein, töten wir nicht! Boah! Toll, ein dicker. Genau wie man stampfen hat. Ich hab schon was ausgerüstert und man sieht einfach keinen Unterschied. Ich bin immer noch. Boom! Du wirst es nicht ändern. Das weiß es. Komm an die Keule. Stun! Wo ist meine Backline, Junge? Wo ist der Schaden? Hier Keule. Ich hab doch alles zerrippt, man. Was ist los? Du bist keine Backline, Junge. Ach so, ja. Stimmt. Huh. Was, wie gekönigin? Ja, alles klar. Komm ran, Königin. Komm ran. Ihr seht. Wo seid ihr denn schon wieder? Ihr kundet viel zu wenig. RIP! Wir haben die Königin abgerippt. Besser ist es, Junge. Auch ohne euch. Halt dein Maul, nehm ich. Ja man, 8,3% mehr Schade als meine. Ja, meine hat irgendwie 51% oder so mehr. Nein, ich kann nicht durch Wende. Hey, Legendary. Was? Alter, du bist doch ein Scheißlacker. Das gibt's gar nicht. Leute, hallo. Wir sind hier immer noch am Beiten. Was sind das, Leute? Wo seid ihr? Ja, die sind nicht so männlich wie wir. Alter, ihr seid richtige Lappen. Ja, genau. Die sind nicht so männlich wie wir. Also, fürs Protokoll. Ich hasse es, Frauen zu spielen. Das weiß jeder, der mich kennt. Ich geh zurück nach Nordristram, ne, Leute? Los, Mädels. Nach Nordristram. Sprecht mit Hauptmann Rumford. Seid ihr da? Nee, ist klar. So, klar. Wo ist der Kimbo? Da. Why not crit him? Regenerative Scherpe des bla bla bla. Jetzt haben wir erstmal dem Rumford gesagt, Alter. Halt mal die Gosh. Junge, wir retten den jetzt. Wir sind die Mains. Halt deinen Maul. Sehr gut. Watt. Ja, was? Okay. RIP. Ne, erstmal nicht. Nutz den Weg von Neutristram, um zu den alten Ruinen zu gelangen. Boah, zu den alten Ruinen, Mädels. Warte. Ich muss erstmal Teil 2 hin. Krass. Ey, sorry, Alter. Kann er nicht alles. Hallo, wir sind Frauen. Wir dürfen das. Okay. Legitimität. Naja. Wir haben eigentlich auch gegenseitig Unterwäsche-Dings und so. Wo ist der Kimbo? Deswegen haben wir alles selber. Dabei. Alles klar. Leute, ihr lauft falsch. Ja, ich lauf euch einmal hinterher und dann ist das wieder falsch. Ne. Ich lauf euch immer hinterher. Das stimmt. Ja, nein. Würde ich das vielleicht mal überdenken? Alea erzählt uns jetzt irgendeine tolle Geschichte, das ist ja schön. Ja. Der Weg ist ja schwer. Ihr könnt ihr nicht vorbei, Alter. So. Jungs. Adria Südde, was geht der? Alter, du bist so ütreißlich, Alter. 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 Einverborgener Keller. Einverborgener Keller. Einverborgener Keller. Ein. 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 Ein feuchten Keller. Schon wieder ein feuchter. Guck mal in den versteckten Keller. Kessel. Oh. Rap. Egal was. Rap. Würde sie alle. Drehen. Achso. Schlitz. Jungs immer gar kein Schaden, hast du was für euch. Ich habe du. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich kann es schnappen, guck. Schlebt's, schlebt's. 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 Ich glaube, ich komme über das Lader. Neues Schild. Klässt. Okay. Ich will mehr über sie erfahren, aber. Ich kann noch sagen. Zuerst müssen wir Onkel Decker drücken. Oh, ja, bitte neu. Ihr bleibt hier und findet er in der nächste Nacht zu mir gekommen. Ja, wir lassen uns hier im Keller mit dem irgendwo. Ja. Mit Zombies draußen. Moin. Ich tröstete ihn, so wie ich konnte. Denn noch. Ich bin auch in der Erde gebrochen. Die Hölle, das ist. Geht's. Toll. Zack, 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 zack. Hier nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Wir lufen alles. Toll. Denn in Fässern könnte ich nicht mehr durch sein. Ja, echt so. Tolle? Ja, warte kurz. Jungs, warte mal bitte. So. Easy. Leider geschlitzt. Los. Hey Dominik, bist du Magier mit einem Scheißbogen. Oh. It's a trap. It's a trap. Boys. Oh god. Was? Ein Schaden ist quasi nicht existent, Leute. Was? Bin auch mal aufgestiegen, danke. Ich hab's was gefühlt, ich mach keinen Schaden und ist okay. Was mach hinten da vorne, Alter? Erstmal hier, zack. Okay. Ja, dann mach doch. Du hast auch noch Frontline. Ich gehe mit meinem Monk davor. Monk. Monk. Ja, Mann. Alles klar, Charlie. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Hier geht nichts, glaube ich. Nein, hier geht auch nichts. Nö. Für ruhende Hieb frei, ich schalte Frostbäume. Oh, Frostbäume für mehr, Junge. Oh, Eisler. Wir haben jetzt die Chance reinzulaufen in einen tiefen, festen, dunklen. Oh, klar. Oh, geil. Wir gehen rein, Junge. Kein Gedanke rein, jetzt bescheid. Wir sind drei Engel und Charlie. Ja. Putz, Junge. Oh, nochmal Stunt. Geht hier nicht jemand? Ne. Ich werde doch nichts mehr zwischen uns. Soll ich, was machst du in uns? Oh, in uns. Das komme ich nicht hinterher. Geil. Ja. Gib ihm. Komm, wir wollen jetzt Schaden. Oder so, ist da hart. Der Tomlik. Von irgendwo. Strahlt er da rum. Affe. Hier ist so eine fette Groteske. Sieht fast so aus wie du heute. Ey. Hey. Ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt. Okay. Komm ran. Flitz. Neues Wissen. Ja. Okay. Okay. Danke. Massaker. Oh. 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 Hose . Das ist alles klar. Ho blau zurückgekehrt diese blaue anzahl stolz ich vergrößert die bösen mächtigen aber meine blöden und ich führe heute das schluss das schlussendung bis dann direkt weiter jungs hier nehmen wir noch die nächsten ab das geht doch blut jeder lode am am stets buch kurzbogen gedroppt noch ein deutsch getroppt das ist ja richtig geil das war ja da hinten runter oder wie sie auch noch mal wo das ist wieder so ein fetter mein verwandt auf die jungen kam dann nach der explosion hat doch gerne schlitz was eine fokussierte hose sie dir bitte was an sie dir bitte etwas an wo lang runter lesen ich kann nicht lesen immer schön tief rein so ist man aber beiden gefälsdungen des herrts blutkrieg schlägt schlägt gut auf jeden Fall gut getroffen ein bisschen endlich habe ich ein alter endlich eine rüstung da ist so hier schwarze pizze beeindruckende pizze das ist wichtig das brauchen wir für was war das noch mal irgendwas braucht man ich hätte nicht mal gedrückt er war weg von meiner macht ist ja geplatzt alter ja ich bin kronleuchter schlägst du mein schaden überschritten 100 gold ich bin so eine rich bitch aber die rüstung kommt der plattenpanzer ich bin der plattenpanzer ich bin der plattenpanzer ich bin der plattenpanzer drüber kristall aufgehoben hier fehlt man rechts oder ist ein pylon ach ne hier waren wir wir haben wir schon das war der schütze hallo ich habe jetzt wuuu Reb 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 aller kombinationsschlag alter ne da war es nicht mehr man bewegt sich dem macht mehr schaden nehme ich mehr hey entspannen durch und leuchter war mal wieder main hallo bleibt liegen da oben da dabei geht es guter strahl cool gegen das was habt ihr für den gegner wo sind die gegner ich will ja nicht glauben dass der kronleuchter mehr schaden macht als wir alle zusammen aber aber es ist halt so es ist ein kronleuchter kronleuchter main entschuldigung ok rein ok easy ab geht ab neoric schnauze halten elendes gesindel zurück mit euch zurück du stürzt es nicht an hey die sind schon hinter dir auf mal auf mal los du 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 allhoi leise und die dreht einfach rein nein Cain, ich rette dich, Junge äh, Q ja ja, das ist worth wenn wir alle so viel Leben verlieren oh, wie tief warm so, Kopfspalter weg mit dir, Junge ich spalte dich auf, Alter, ja get up truff, Jungs, truff er ist geblendet so, lass er danach mal in die Stadt gehen, ne alles klar jetzt hier auch zum Spaß wir haben nichts besseres zu tun gerade weil meine Barbarin auf alte Männer steht ja ja das alles leih, Jungs warte mal, bleib mal hier wohin? Jungs, hallo wo müssen wir denn hin, folgt der Deckard Cain, okay gehen wir hin weg in die City nach Tristram, alles klar auf den den